Ich dachte irgendwie, dass es eine gute Idee wäre, an einem Samstag in die Münchner Innenstadt zu gehen und mir ein Dirndl rauszusogen. Ich habe keins gefunden, aber dafür habe ich was anderes gefunden, weil lödenfrei. Und zwar dachte ich, ich mache heute so einen kleinen Game-Moment und packe einfach mal eine Lederhose aus. I mean, hot, richtig hot. Dann haben wir diese richtig schönen Säckchen dazu. Ein tolles weißes Hemd und das Wäste, so eine richtige Burschikose-Wäste, ist das nicht super, Freunde? Ich flippe aus. Und das Einzige, was noch fehlt, ist ein richtig guter Schuh und deswegen habe ich mir den hier rausgesucht, auch in so einem waldmoosigen Grün. Das passt zu meinen Socken und zu meiner Burschikosen-Wäste, sowohl als auch zu den Details auf dieser tollen Hose. Aber die Schnürsenkel ändere ich.